Herzlich Willkommen zu meinem Let's Play Hearthstone, wieder eine Woche rum, neues Kartenchaos am Start, immer auf die Kleinen. Dieser lästige Schrumpfmeister hat all eure Hearthstone Karten in Spielzeuge verwandelt, eure Dino haben die Werte einen Angriff ein Leben und kosten nur 1 Mana. Interessant wäre natürlich zu wissen, ob Dino, die durch andere Dino hervorgerufen auch einen Angriff in ein Leben haben. Aber ich denke, das werde ich mal ausprobieren und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So, Tentakel weg, Segen der Könige auch erstmal weg. Ruf zu den Waffen, das klingt Schurken natürlich gut, weil der hat bestimmt Klingenwirbel auf der Hand. Und Segen der Könige auch wieder zurück, wunderbar. Ja, der Frostwolf Kriegsfürst, der lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht. Dann habe ich einen 3-3 am Spiel. Den kann er mir jetzt direkt nehmen, aber das sind auch wieder 3 Schaden. Und dann kann ich hier Ruf zu den Waffen ausspielen. Ja, nun mach schon, Junge. Das sieht mir doch sehr nach einem Klingenwirbel aus, ne? Das sieht mir doch sehr nach einem Klingenwirbel aus. Jetzt spüre ich Muckler. Und verleihe dem hier andere von wem. Pechab hat der Meuchel dabei. Und den Klingenwirbel. Er nimmt nochmal die 3 Schaden. Ach, das ist nicht jedes Mal, wenn ich einen Diener ausspiele, das ist jedes Mal, wenn ich eine Karte ausspiele, ne? Erhält der einen Angriff ein Leben dazu, dann behalte ich den erstmal. Melde mich zum Dienst, melde mich zum Dienst, melde mich zum Dienst, melde mich zum Dienst, für die Horde. Er brennt, brennt. Er hat doch noch irgendeinen Plan. Irgendwie zieht er sich doch da aus der Affäre. Ah, nun? Ah. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann ich meinen rastlosen Abenteurer wieder nicht ausspielen. Boah, das ist mies. Das ist echt mies. So, jetzt sind aber beide Klingen... ...Durchfächer weg. Genau. Ich klingwirbel, Durchfächer. Mal sehen, wer da darauf antwortet. Ich frage mich, ob... Hier kommt der Flieger. Mhm. Ist noch ein SIS-7-Agent? Dann ist der weg. Dann haben wir auf jeden Fall gewonnen. Wenn er einen stehen lässt, haben wir auf jeden Fall gewonnen. Ja. Obwohl, die schreien mal nicht zu laut, ne? Ja, doch. Wunderbar. Ja, let's game. So, mal ein bisschen Staub abholen. Nix. 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 Ja. Selten. Und nix. Okay. Golden und gewöhnlich. Golden und gewöhnlich. Ja, ja. Gibt ein bisschen mehr Staub. Gut, das war das Kartenchaos für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch damit gut unterhalten. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer ProTäus. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020